Ja, ich bin Herbert Anton, Flüchtlingskoordinator von Holzhausen 2, habe die Aufgabe, einige Mitarbeiter zu unterstützen bei ihren Arbeiten. Mein Hauptmerkmal liegt bei der Fahrradwerkstatt, die wir gegründet haben mit Rallert Schlotzauer, meinen Nachbarn, wo wir täglich eigentlich zur Verfügung stehen, um Fahrräder zu reparieren und Fahrräder zu besorgen. Dies haben wir über einen langen Zeitraum gemacht, sind von Haus zu Haus gefahren, Mund-zu-Mund-Propaganda und haben dort mit sehr großem Erfolg gehabt. Hier konnten wir inzwischen schon 80 Flüchtlinge glücklich machen, die einen fahrbaren Untersatz haben, um ihren täglichen Einkauf zu tätigen beziehungsweise an Deutschunterricht oder etc. anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich selbst habe diese Aufgabe gern angenommen, da wir schon immer sozial engagiert waren und Leute in Not geholfen haben.